Hallo Freunde, euer Coach, hier ist Cecil. Heute machen wir ein richtig geiles 10 Minuten Workout. Ihr braucht gar nichts, kein Equipment, kein gar nichts. Könnt ihr direkt zu Hause mitmachen. Sehr, sehr anstrengend heute. Und was ihr auf jeden Fall machen müsst, weil nur durch ein Workout, egal durch welches Workout, kriegt ihr nicht euren Traumkörper. Deswegen guckt auf jeden Fall die Füße. Im Maximumprinzip erkläre ich ganz kurz, wie ich tausende Menschen dazu gebracht habe, dass sie ihren Traumkörper reichen, ohne jemals auf etwas zu verzichten. Also, zieht euch die Sportsachen an. Es geht gleich richtig los. Es ist schon richtig heiß hier, über 40 Grad, aber ich ziehe das jetzt durch für euch. Also, Sportsachen anziehen nach dem Intro. Okay, meine Freunde, wird richtig hart jetzt. Wir machen 50 Sekunden Belastung, nur 10 Sekunden Pause. Wenn ihr es nicht durchhaltet, müsst ihr ein bisschen länger Pause machen, aber wir ziehen das jetzt richtig durch. Und wir fangen mit der ersten Übung an, und zwar mit Damenliegestütz. Richtig anstrengend, 50 Sekunden. Und es geht in 5 Sekunden los. 5 Sekunden auf den Knien. Wenn ihr Profis seid, könnt ihr auch Herrenliegestütz machen. 5 Sekunden auf den Knien. Nächste Übung Butterfly, Arme gestreckt und gegen euren eigenen Widerstand, fast gestreckt die Arme und dann nach rechts, nach links, gegen den Widerstand, wie Butterfly, als wenn ihr Butterfly macht, nur ihr haltet selber gegen, rechts, links, das zieht richtig, versuch die Arme möglichst, mit den Schreckzeugen, richtig tot aufbauen. Okay, nächste Geschichte, unteren Rücken, auch richtig anstrengend, Arme vorne gestreckt, und zwar hier, so und nicht ganz hoch, bis da, geraden Rücken, nicht hoch, nicht gerade, Schreckzeugen Okay, ich schwitze, über 40 Grad, jetzt wieder vorne bleiben, Arme seitlich anheben, nach vorne beugen, Rücken gerade, hier nur oben, schön die Schulterblätter, guck mal hinten Gute an die Nummer, die Schulterblätter, zu da ומ, auf. . 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 Okay, nächste Geschichte, Arme kreisen, richtig anstrengend, und hier, sei es, egal ob vor, zurück, wie du willst, für Power. Ja. Das dauert noch 10 Sekunden, danach boxen wir oben in die Luft. Okay. Locker, jetzt hinstellen, so, boxen von hier in die Luft, nach oben, und strecken die Temperatur. Tempo, ganz hoch, ihr könnt auch so sein, wenn ihr wollt, aber ich boxe hoch in die Luft. Okay. 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 Und da. Okay. 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 Okay, nächste Übung in Doppelage. Kommst du klar? Arme seitlich. Hoch. 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 Jetzt auf den Po. Auf den Po setzen. Jetzt machen wir Bauch-Rossation. Zurück lehnen. Und möglichst weit hinter den Rücken. Hoch. 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 Jetzt Klappmesser. Okay? Klappmesser. Legt ihr euch auf den Rücken. Kuhnhofer und Oberkörper hoch. Beides. Klappmesser. Klappmesser. Fass iechern aus. Letzte Übung, Plank, Liegestützposition und dann rotieren. Die Position, drei Beine und dann hier öffnen, ganz dahinten, so weit wie es geht. Andere Seite, ganz dahinten. Die Position, drei Beine und dann hier öffnen, ganz dahinten, so weit wie es geht. Hier sind über 40 Grad, das heißt, ihr habt gesehen, ich schwitze extrem. Und das Wichtigste, meine Freunde, ihr könnt das Workout machen, wie ich es am Anfang gesagt habe. Aber die wichtigste Aufgabe ist jetzt, die Free-Tour zu gucken und zu wissen, dass du alleine mit diesen Übungen, egal welche Übungen es sind auf der Welt, nicht deinen Traumkörper bekommst. Es gehört immer die richtige Ernährung und der starke Mindset dazu. Okay? Deswegen unbedingt gucken und ich hoffe, das Workout hat dir gefallen. Rasier natürlich den Like-Button. Like den Rasier-Button. Teil dieses Workout. Was gibt es noch zu sagen? Das war es eigentlich. Und schreib natürlich unten rein, ob du es gemacht hast und wie anstrengend es war. Okay? Das war es für heute. Euer Coach Sissi. Freed-Tour gucken. Oh Mann ey. Oh Mann ey. Freed-Tour gucken habe ich gesagt. Jetzt sofort.